Alter, ich hatte schon Angst, wir haben nichts zu tun. Ah, guess what, hier ist noch ein Typ. Und nicht nur der schießt auf uns, irgendwo da drüben ist ein Geschütz. Ah, wir müssen weiterkommen, wir haben noch ein weiteres Ziel bekommen. Okay, dann mal los. Ah, da kommt richtig Freude auf, du merkst das an meiner Stimme. Aber Chris kommt schon. Nur noch eins, alle Mann in den unterirdischen Gang. Achso, ja gut, dann machen wir das mal. Ich bin zwar hier der Boss, aber machen wir mal, was der Rookie sagt. Ah, ich hasse es, wenn er das tut. Auf geht's, Jungs. Ja, komm. Mein fertig. Er ist schon tot. Achso. Na dann. Oh. Ja, super. Alter. Was war denn hier, ey? Oh, wir haben Kraut übersehen. Nochmal zurück. Vor allem dieses Ätzende Algenkraut will ich eigentlich da nicht abkratzen. Von der Wand. Ja, ne? Jetzt wartet doch mal auf mich, Leute. Oh, da ist ein... Da ist ein... Da ist ein rotes Kraut. Das kann man kombinieren. Oh, ich habe extrem viel grünes Kraut, sehe ich gerade. So, neun Stück. Los geht's. Chris ist im Anmarsch. Ja, turn that. Warte mal, da kann man durchgehen, oder? Natürlich nicht. Ja, genau. Zack. Halt die Musik macht mich gerade kirre. Du, 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 du. Halt mal, Small, du Penner, du störst hier die Frieden. Alter, es ist schon zu spät zum Aufnehmen. Müsst du Zeit für eine Pause, ganz ernsthaft. Ja, jetzt muss auch irgendwann jetzt hier mal irgendein sinnvoller Kleckbank kommen. Ah, da bist du, ja. Ich hoffe, du hast Spaß ohne mich. Nicht wirklich. Ha, gut. Waa! Bleib. Okay, der... Wer erledigt? Wie ist der? So, jetzt erstmal schauen wir, was es hier oben noch alles gibt. Okay, ich hab die zweite Flak gefunden. Was hast du jetzt gemacht? Das Vieh hat mich mit einem Auto abgeworfen. Alter, ich fass es nicht. Warum nicht? Hey, was? Vorhin bin ich gestorben, ja? Ja, okay. Du bist das erste Mal gestorben. Oh, okay, ich bin ja gar nicht weit weg. Ah. Drecksfotze. So was sagt man nicht, Leute. Das habt ihr nicht gehört. Ah, ich werd schon wieder gelasert, hä? Oh, ich werd's gern Moni verflinden. Komm mal zu dem irgendwie hoch. Ich versuch, dir die anderen währenddessen vom Leib zu halten. Ja, wir werden auch Pfeil mit runter. Spacken. Ah! Auf mich zu lasern, du hässlicher... Wo ist denn der? Da ist er. Okay, ich hab den Laser-Typ erledigt. Hey, wir wirften hier mit Autos rum. Naja. Oh, ist das dein neuer Freund, Steve? Ja. Du hast mich betrogen, dafür lauf ich weg. Ah! Okay. Ja, jetzt halt's Maul und hör auf rumzuschießen. Das ist für Pussy, man. Warum lasern die eigentlich immer alle mich? Oh Gott, lass mich rein. Wow, okay. Shari wurde grad übelst auseinandergenommen. Ja, bring die Sprengladung mal schneller an, du Depp. Okay, die Pussy lässt sich voll Zeit wieder, ja. Uah! Uuh! Hallo, ich werde hier gelasert, man hilft mir vielleicht mal jemand. Ah! Oh Gott. Alter. So, jetzt sterb doch mal. Ja, super. Ah. Was machen wir jetzt? Ah, hier runter? Da komm ich grad toll her, aber ich komm mal her. Ziehen sie jetzt aus! Ja, okay, hast du recht. Fast da, da hab ich nicht reingesprungen, ja. Das hat wenig Sinn gemacht, aber... Hier sind überall laser. Geht's nur zurück. Komm bitte hoch. Ah, warte, vielleicht kann man hier rein. Nein, hier kann man irgendwo rein. Alter, jetzt ist aber allmählich nicht mehr lustig. Warum wäre ich schon wieder gelasert? Verbiss dich. Was frage ich mich die ganze Zeit? Ich bin jetzt wieder hoch, gar nicht. Wo bist du eigentlich? Ich hoffe, ich bin unten auf der Straße rum, hinter dem Vieh. Ah! Das ignoriert mich komplett. Gut, dann geh halt da runter, du Depp. Komm, wir müssen noch mal in dieses Gebäude hier rein. Ja, ich komme. Erstmal volle Power. Ordentlich Smint reinklopfen. So, du Wichser. Was laserst du hier alle, hä? Was soll die Scheiße? Ah, wir bist nur jetzt darauf gekommen. The fuck. Ich bin gerade da. Okay, Sherry und, äh... Wie ist der andere nochmal? Sherry und Weskers Sohn sind bei mir. So rum. Ich glaube, dass ich jetzt zu dir finden werde. Oh, das ist, das ist eklig. Ah! Bäh. Boah, okay, ich geh gleich mal weg. Alter. Ja, ist klar, oder? Ich leg mich mal wieder hin, ne? Also... Oh, ich hab da so ein ganz wieses Gefühl. Wir müssen jetzt auf das Vieh schießen, oder? Da, Blümchenbombe. Alter, es stirbt nicht. Boah, irgendwer schießt da auf uns. Boah, ich hab jedenfalls Gesicht geschossen. Das hat ihm anscheinend wehgetan. Tu ihm weiter, wie? Ich hab noch ne Blümchenbombe gefunden. Ich hab doch geschossen worden, wenn... Da ist doch so ne Kanone. Wie kommt man denn da nochmal hin? Das war ja superintelligent. Da! Du wirst Blümchenbomben. Ah, du meinst da drüben? Ja. Oh, das ist jetzt grad ne gute Frage. Oh, Alter. Nee, komm, Typ, mal hoch. Ah, jetzt nicht mehr. So, komm runter da. Ja, hier, comprende, du Penner. So, lässt dir was fallen? Nein. Okay, let's do this. Uah! Na, super. Äh. Ich bin mal ne Etage tiefer, falls mich jemand sucht. Dann kommt man hier so rein. Ja, wenigstens hat Erwos gedroppt. Aha! Chris macht's ja alle platt. Ja, was müssen wir jetzt machen? Das Vieh echt erledigen, oder wie ist das? Ja. Ich würd halt nur gern... ...mieter auf dieses Gebäude, ne? Weil da war dieses... Ah, schau mal, ich kann hier jetzt die Tür entriegeln. Ah, das ist halt schon mal gut. Ich frag mich zwar, was das jetzt bringt, aber... Naja, wir sind wieder auf der Straße. Und da ist ein Penner. Ah! Da... Du bist schon mal richtig. Bist du da reingekommen? Äh... Überall. Unten. Über unten, okay. Alles klar. Ich komme. Na, Mann. Verzieh dich jetzt. Bist hässlich. So, kleine Missgestalt. Jetzt gibt's auf die Fresse. Kann man das Geschütz überhaupt noch benutzen? Ja. Ich baller ein Kapp damit. Sehr schön. Ah, das tut ihm auch weh. Also zumindest heute gerade. Vielleicht freut er sich auch, dass du ihm Blei schenkst. Jetzt bombardieren hat das keine Wirkung. Das Gerät da ist direkt mit den lebenswichtigen Organen verbunden. Ich weiß nicht wie, aber ziehen Sie es raus! Ah, wir sollen auf das Gerät schießen. Der Gerät. Ah, ich bin überall jetzt... Ich bin am Nachladen. Also sowas ähnliches. Müssen wir uns dann hässlich... Alter, Mann, was hat ein Sherry da für einen Nahkampf... für einen Nahkampf durch? Der elektrisiert, ja. Ja, der hat dann Geschütz kaputt gemacht. Okay, das ist jetzt leicht ärgerlich. Das ist jetzt ein bisschen schwul. Ich habe so das Gefühl, ich treffe da gar nichts. Vor allem, worauf genau sollen wir schießen? Auf den Bauch, oder was? Ich bin auf, dass das offen ist. Soweit ich das verstanden habe. Ah, schau mal, hier können wir die Leiter runtertreten. Das müssen wir zwar hier auch nicht mehr hoch, aber... Du schießt hier auf niemanden. Wow! Oh, da kam eine Hand. Ach, sogar zwei hat euch geklatscht, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem, ich kann von hier unten aus halt gar nichts machen, außer ihn halt abzulenken irgendwie. Das Problem ist nur, dass ich jetzt... auch bald wieder keine Munizip mehr habe. Ja, müssen wir halt herumlaufende Penner töten. Ach so, das ist einer von uns. Oh ja, genau, ich habe hier gleich eine ganze Armee. Ich habe... Ich hätte beinahe jetzt einen von uns umgegrätscht. Das ist beinahe, ich habe ihn heißkalt umgegrätscht. So, ich komme mal zu dir. So gehört sich das. Rechte ich auf die Fresse. Oh, oh, entschuldige, Sherry. Ich laufe gerade mit dem Messer rum. Wir können ja mal probieren, den Typen zu messern. Vielleicht bringt das was. Das Bein piksen. Oh, oh, okay, okay. Vor allem, ich checke es gerade echt nicht, worauf wir schießen sollen. Ich schätze, also... Ich treffe dieses schwule Ding aus deinem Rücken ja nicht mal. Okay, ich schließe ihn mal erst ins Gesicht. Mal in den Mund oder irgendwie so. Genau. Jetzt bückt er sich. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass das überhaupt gar keine Wirkung hat. Ja, das fühle ich langsam auch ein bisschen. Jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Scheiße. Also, komm, Knife Attack. Guck mich an. Ah, so, wenn ich das nicht... Schluss.